Hi und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Star Wars, die Old Republic Marauder-Story. Wir sind auf Corellia angekommen und müssen jetzt wieder mit der Hand reden. Und wird auf den Zaun zugreifen. Inzwischen sind wir drei Attentätern auf der Spur, die auf geheimen Landebahnen eintreffen. Es wird schwierig sein, sie alle abzufangen. Das erledige ich. Koordinaten für alle drei Landebahnen werden übertragen. Sie sind eingetroffen. Das sind nur die ersten Attentäter. Es werden weitere folgen. Wovron stellt sich Barras aktiv entgegen. Wenn er stirbt, wird Barras zur Stimme des Imperators ernannt. Ihr müsst Darth Wovron um jeden Preis beschützen und ihm helfen, den Feind zu unterwandern. Lebt wohl. Mein Sith Lord, wir empfangen eine unangeforderte Übertragung. Ich gehe davon aus, dass ihr mich noch erkennt. Ihr könnt von Glück sagen, dass ich mich so an euch wende. Ihr wisst sicher, dass ich euch töten werde, oder? Ich bin außerhalb deiner Reichweite und deshalb völlig unbesorgt. Ich bin hier, um dir mitzuteilen, dass man dich täuscht. Die Organisation, für die du arbeitest, ist nicht die Hand des Imperators. Wollt ihr mir nicht die Augen öffnen? Du brauchst nur zu wissen, dass du die Marionette einer Sekte bist, die der Imperator verstoßen hat. Sie wollen ihn vernichten. Ich bin seine Stimme. Ich erwarte gar nicht, dass du mir vertraust. Letzten Endes sind du und deine Ansichten auch gar nicht von Belang. Glaub also, was du willst. Aber deine Strippenzieher haben dich ganz schön reingeritten, wenn du deine Schnüffelnase in die Angelegenheiten eines Darth steckst. Bald stecke ich sogar mein Lichtschwert in einen Darth. Dein Zorn macht dich blind. Wenn du dich jetzt zurückziehst, kann ich unsere bisherigen Unstimmigkeiten vielleicht übersehen. Der hat ja Nerven. Er will euch vergeben? Er kann tun, was er will. Mein Zorn wird niemals verrauchen. Genug geredet. Wir müssen Barras Attentäter aufhalten. Ich würde sagen, Barras hat Angst. Und das zu Recht. Da sind die doch gelandet. Ich bewege sie dazu, wieder wegzufliegen. Aber einen leischen Zecken. He, he, he. Sir, identifizieren Sie sich. Barras hat mich geschickt, um dich zurückzurufen. Deine Mission ist annulliert. Wieso hat mich der Auftraggeber nicht selbst kontaktiert? Darth Barras' Zeit ist viel zu kostbar, um sie mit unbedeutender Kommunikation mit einem Droiden zu vergeuden. Assimilation. Ich werde den Auftraggeber kontaktieren und Bestätigung einholen. Das ist ein Begräbnis. Mein Meister lässt sich nicht gerne in Frage stellen. Assimilation. Ich benötige einen Beweis, dass Sie im Namen des Auftraggebers sprechen. Ist dein Logikprogramm denn so miserabel? Deine Mission und diese Landebahn sind geheim. Und dennoch bin ich hier, um dich zu begrüßen. Assimilation. Das ist logisch. Auftrag annulliert. Programmierung wird angepasst. Auf Wiedersehen. Das ging einfach. Mal schauen, ob ich bei den anderen genauso Glück habe. Wer erwartet mich wohl diesmal? Ah, das Begrüßungskomitee. Es gibt Tage, da kann man einfach nicht heimlich auf einem Planeten landen. Nicht mal auf einer geheimen Landebahn. Ich bin der Schüler von Darth Barras. Er hat euren Auftrag zurückgezogen. So, so. Nein, das seid ihr nicht. Und nein, das hat er nicht. Oh, ich weiß, wer ihr seid. Der Schüler, von dem Darth Barras denkt, er habe ihn umgebracht. Köstlich. Ich habe eure Abenteuer überall in der Galaxis verfolgt. Ihr seid sowas wie mein persönlicher Held. Ich wusste gar nicht, dass ich Bewunderer habe. Unter meinesgleichen seid ihr recht bekannt. Aber ich gebe zu, ich bin besonders fasziniert von euch. Wie ihr auf Dromund Kars mit Lord Gratan umgesprungen seid. Das war genial. Ja, ich weiß, dass sein Sohn jetzt hinter der Maske steckt. Ihr habt Nomen Kahr und Admiral Monk und den Kriegsbund und unzählige Jedi ausgeschaltet. Richtig gute Arbeit. Es tut gut, so gewürdigt zu werden. Es ist mir eine Ehre, euch zu begegnen. Auch wenn ich euch jetzt leider töten muss. Ich habe mir diesen Kampf oft ausgemalt. Und ich weiß genug von euch, um eure Schwachstellen zu kennen. Ich zeige euch, was ich meine. Na, noch ein Größenwahn, Snicker. So schnell stirbt man nicht. Schade, den hätte ich gerne am Leben gelassen. Aber naja. Wer nicht will, der hat schon. Oh, ist der etwa schon gelandet? Zorn, ich markiere eure Position. Die dritte der drei geheimen Landebahnen. Euer drittes Ziel ist eher angekommen als erwartet. Ich bin Diener 11 der Hand. Ich sollte euch kontaktieren. Ich werde den dritten Attentäter zur Strecke bringen. Wo steckt er denn? Ich habe seine Landung verfolgt. Danach habe ich ihn aus dem Blickfeld verloren. Aber mein Hauptziel wurde erreicht. Ich habe Dars Wovarons geheimes Hauptquartier ausfindig gemacht. Koordinaten werden hochgeladen. Er operiert von feindlichem Gebiet aus. Es ist ein großer Turm im Herzen der Gründungsinsel. Die Republik hat dort alles unter Kontrolle. Erstaunlich. Mut hat er. Das muss man ihm lassen. Ja. Er organisiert den Krieg gegen die Republik genau vor ihrer Nase. Seine Aktivitäten müssen als Operation der Republik getarnt sein. Aber wenn ich ihn finden kann, dürfte das Barras drittem Attentäter auch gelingen. Ein Moment. Ja. Ich werde es weitergeben. Elf Ende. Diener 2 hat zu mir gesprochen. Er meint, ihr sollt euch auf Misstrauen gefasst machen. Ich werde mit allem fertig, was mich in diesem angeblichen Hauptquartier der Republik erwartet. Ihr seid der Zorn des Imperators. Meine Mission ist beendet. Man ruft mich zurück. Die Hand hofft, dass ihr Wolverine findet, bevor der Attentäter zuschlägt. Na dann müssen wir dorthin. Und das alles nur, um diesen Dorf zu retten. Hätte man ihn einfach nicht warnen können. Und damit wären wir am Ende unseres heutigen Let's Plays auch angelangt. Ich hoffe, das Video hat euch bis dahin gefallen. Wenn ja, like, teilt, kommentiert, abonniert. Und dann würde ich sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich bin Superslate. Euer freundlicher Sahlincher Let's Player von Ehemann. Tüdelü. Tüdelü. Tüdelü.